Ich muss hier weg. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Entsuchen Sie ihn! Ich will Fägelein sehen! Sofort! Er ist nicht in der Bunker. Entsuchen Sie ihn! Wir müssen ihn jetzt annehmen! Tun Sie, was Sie waren, das war eine Zeit, keine Worte. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Bringen Sie mir Fägelein! 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 Fägelein!